Yeah! Wenn man sich ein Tier anschaffen will, ja, dann muss man zumindest ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Tierbuch hier gekauft. Das ist klug, was? Das Buch. Nein, ich meine die Idee, sich ein Tierbuch zu kaufen, denn da steht ja alles drin, was man über Tiere wissen muss. Zum Beispiel Tierzucht, Tierpflege, Tierkrankheiten und so weiter und so weiter. Ist ja klar. Na ja, meine Kinder, Sie wissen doch, ich habe doch einen Vogel. Ja, das weiß ja jeder, nicht? Bitte! Ich meine doch einen richtigen. Ja, und was haben Sie eigentlich für ein Vögelchen? Ich habe einen Harzer Roller. Bitte, was haben Sie? Ich habe einen Harzer Roller. Ah ja, sprachen wir nicht eben vom Vogel? Sag ich mal, kennen Sie denn keinen Harzer Roller? Ja doch, na ja. So klein und gelb. Ja, ja, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht so. Der riecht doch so. Bitte? Der riecht doch nicht. Na ja, wenn er frisch ist, riecht er noch nicht so, zugegeben. Das heißt nicht frisch, das heißt jung. Das ist gut, das ist da ja. Gut, ich habe es nie gehört, aber wie Sie wollen. Also der Käse ist nicht frisch, er ist jung. Wir reden hier von einem Käse. Der Harzer Roller ist ein Kanarienvogel. Aber wie der Name schon besagt, kommt er woher? Aus dem Harz. Nein, von den Kanarischen Inseln. Dort fliegt er frei und her. Guck mal. Ja, Kanarische Inseln heißen aber gar nicht so. Die heißen eigentlich Hundeinseln. Ach ja. Ja, nun wissen Sie hoffentlich, was Harzer Roller sind, ja? Ja, fliegende Hunde. Bitte! Das ist ja wieder, um junge Hunde zu kriegen. Ja, sehr sehr, Frau. Nun kommen wir endlich zum Thema. Also wie gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Nun fangen Sie es erst mal klein an. Mit kleinen Hunden? Nein. Wir haben nachsehen in meinem Buch, da wird ja sicher was drinstehen. Was passendes für Sie, wenn wir es schon finden. Oh, hier. Was? Hier? Ah ja. Na sehen Sie, aufgeschlagen, schon habe ich es. Eine Hundehütte. Was ist das? Eine Hundehütte. Das ist ein Terrarium. Ach so. Und was kommt da rein in das Terrarium? Ein Terrier. Nein. Da kommt rein zum Beispiel ein Goldhamster. Ein Goldhamster. Goldhamster? Goldhamster. Ja. Aber teuer. Wieso teuer? Ja, zwei bis drei Mark das Stück. Ja, das sind aber nicht die echten. Nach, was hier steht über den Hamster, ja? Bitteschön. Taramci bufinace kaluppe. Was ist jetzt los? So rum. Bitte, der Hamster. Ich dachte, es ist Lateinisch. Na, no. Na, also. Hier, andererseits, da fängt es an. Da ist er. Der Hamster ist bösartig und übellaunig. Sehen Sie mal an, Herr Frey, der auch. Nicht nur so. Bitte. Also sehen Sie sich erst mal den Hamster an. Gefällt er Ihnen? Oh, gefällt mir gut. Gefällt Ihnen gut, ja. Was fällt Ihnen da zum Beispiel am Kopf auf? Am Kopf fällt mir nichts auf. Nein. Doch, natürlich, ja. Fällt mir auf. Zwei Ohren fallen mir auf. Nein. Nein, Ohren fallen mir nicht auf. Gut, bitte, bitte. Ich meine doch die Hamstertaschen. Die Hamst... Na, wo hat er denn die Hamstertaschen? Wo hat er denn die Hamstertaschen? Na, nur. Na, ich würde ja die Hamster... Vielleicht hat er sie vergessen, oder was? Bitte. Die hat er am Kopf. Und wie sagt man dazu? Der hat was am Kopf. Ach, was? Backentaschen. 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 Jawohl. Und was trägt er in den Backentaschen? Backware, oder? Oh, man will doch noch. Oh, man will doch noch. Und so was will sich ein Hund kaufen? Ja, gern. Ich möchte bloß wissen, was für einen. Das kann ich Ihnen sagen. Diesen hohen... Wie heißen die? Diese langen... Hä? Warte mal. Ja, ja, acht Pfundländer diesen... Kennst du das? Neufundländer! Na, auf einen Pfund, mehr oder weniger, kommt's ja wohl nicht an. Sonst mal, kennen Sie sich überhaupt aus in Hunderassen? In Hunde, aber, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Jagd geht, nimmt er was mit? Eine Flinte. Was denn noch? Noch eine Flinte. Wieso denn? Vielleicht eine Doppelflinte. Den Dackel! Eine Flinte für einen Dackel. Klar. Sonst mal, haben Sie schon mal Dackel schießen sehen? Ganz selten. Ganz selten, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Fuchsjagd geht... Ja? ...ja, dann setzt er den Dackel auf die Pferde. Ach, und darauf reitet der Dackel hinter... Nein! Ich sagte nicht Pferde, ich sagte Pferde. Pferde. Pferde, ja. Nun passen Sie auf, plötzlich... Ja? ...knackt es im Unterholz. Was macht der Fuchs, na? Was macht der Fuchs? Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Ah. Und was macht der Dackel? Der schnürt auch davon. Der schnürt sein Päppchen. Ich weiß doch nicht, was die Tiere da am Walde treiben. Was merkt man? Ihn packt das Jagdfieber. Ah, jetzt kriegt der auch noch Fieber. Dann müssen wir mit ihm zum Arzt oder irgendwas. Aber doch nicht zum Arzt. Keine Krankheit? Das ist keine Krankheit. Aber eine richtige Tierkrankheit ist zum Beispiel die Tollwut. Ah ja. Ja, die kennen. Tollwut kennen ich. Sondern sie kennen immer alles. Tollwut kennen ich. Woran erkennen Sie denn die Tollwut? Ja, geht es... Na? Stechender Blick. Ja. Gereichszeit. Ja. Wutanfälle. Immer zu. Und übertragbar auf den Menschen. Ja, das wissen wir ja nicht. Bitte! Lieber Herr Herrrich, wenn Sie ein Tierhalter sind, dann müssen Sie ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Ja, das ist wahr. Von Tierkrankheiten. Das muss man. Denn der Tierarzt fragt ja nicht das Tier, er fragt Sie. Ja, das ist wahr. Sie stellen sich vor, Ihr armer Hund würde eines Tages krank. Das ist nicht so schlimm. Gibt es ja Tierärzte, ne? Aha. Ich bin zum Tierarzt fertig. Der arme Tierarzt. Wieso? Waren Sie schon mal in der Tierarztpraxis? Nein, noch nie. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie das mir ja gleich erklären. Lerne ich wieder so viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja. Gut, schön. Das ist ja auch höchste Zeit. Sie sind jetzt der Tierarzt? Der Tierarzt. Und ich bin? Der Hund. Nein! Ich bin das Herrchen. Das Herrchen. Bitte? Das Herrchen. Was gibt es denn da zu lachen, sagen Sie mal? Das ist alles klar, Herr Freilich. Jeder Hund hat ein Herrchen. Jeder hat ein Herrchen. So, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja? Ja, Moment mal, Herrchen. Was denn? Nur schon wieder. Hat denn das Herrchen ein Hundchen? Ja, das will ich ja jetzt gerade holen. Einen richtigen Hund? Na, nicht einen richtigen Hund, ein Spielzeugholz. Ach so, ja, dann ist es prima. Ist klar, ja? Alles klar. So, und Sie ziehen sich mal den Kittel hier an. Ich ziehe den Kittel. Was mache ich denn? Sie ziehen sich den Kittel bitte an. Ich ziehe den Kittel bitte an. Und dann rufen Sie mich herein. Dann rufe ich herein. Nein, Sie rufen mich herein. Denn hier ist das Behandlungszimmer, da hinten ist das Wartezimmer und da werde ich jetzt warten. Ja, können Sie lange warten. Bitte! Da kann man bestimmt schön warten. Ja, ja. Also, ich gehe warten. Ja, ist richtig. Jetzt machen wir auch noch mit Kostümen. Es wird immer schöner. Ich sehe, was wir hier machen können. So, so. Das sind so die Kittel, die Herr Preil besorgt. Nicht wahr, das ist das hier? Ach so, das ist... Entschuldigung. Das war, ich weiß nicht, schick so, nicht? So können Sie... Ja, so... Dauert denn das noch lange? Hat da nicht eben ein Hund gebellt? Ja, was sollte ich sagen? Soll nicht mal rein hier! Sag mal, ich höre wohl schlecht, was? Ich höre schlecht, wenn Sie zum Urnarzt, der wohnt gleich um die Ecke. Das heißt, der Nächste bitte! Ja, das ist der Nächste. Die anderen wohnen viel weiter! Wenn Sie mich hereinrufen, heißt das der Nächste, bitte! Ach. Ja, und dann müssen wir beide uns erst mal bekannt machen. Ja, ich kenne Sie doch. Sie sind das Herrchen Peilchen. Bitte! Das gehört doch zum Spiel! Ah ja. Ich komme noch mal. Der Nächste bitte noch mal! Guten Tag, Preil! Guten Tag, Herrich... Mein Hund ist krank! Ach ja, auch das ist nicht so schlimm wie ich... Eich! Was ist denn du wieder? Was sagen Sie, was soll denn das? Was ist denn? Was ist denn? Warum haben Sie die Knöpfe hinten? Ach so, ich stehe verkehrt rum, Herr Peilchen. Möchten Sie sich bitte erst mal vernünftig anziehen? Entschuldige, Herr Peilchen, es war vorhin so eilig und das Wartezimmer voller Hunde. Also es ist ja alles ganz schlimm. Aber jetzt werden wir... Jetzt wird es werden. Alles wird gut, Herr Peilchen. Nicht vertreten. Fertig! Ist gleich geht's. Ist denn das die Möglichkeit? Entschuldige, hier fehlt ein Stück Stoff hier oben. Dann gucken Sie mal unten. Da fehlt auch ein Stück. Das ist total verschnitten, dass Sie... Wo haben Sie denn den her? Lassen wir ihn auf. Können wir nun endlich anfangen? Jetzt können wir endlich anfangen. Also, zum dritten Mal. Mein Hund ist krank. Zum dritten Mal? Und da kommen Sie jetzt erst? Warum kommen Sie nicht beim ersten Mal? Da hätte ich vielleicht noch helfen können. Jetzt ist es zu spät. Wollen Sie bitte endlich untersuchen? Ja, bitte machen Sie sich frei. Der Hund ist krank. Wollen Sie den Hund frei? Also, bitteschön. Sie müssen doch als Tierarzt alles erfragen. Erst einmal die Anamnese. Jetzt klar. Bitte? Die Anamnese. Der Hund heißt Anna. Wieso kommen Sie da raus? Sparen Sie nicht von Annas Nese? Ja. Anamnese heißt Krankengeschichte. Der Tierarzt muss alles wissen. Erst einmal, ja? Das ist ein Zwergpudel. Woher stammt er? Von den Zwergen. Aus welchem Zwinger? Aus dem Zwinger. Aus dem Dresdner Zwinger. Bist du natürlich? Zum letzten Mal, jetzt. Der Hund fühlt sich elend. Ach, Hunde-elend. Er kratzt sich dauernd hinter den Ohren. Ja, der denkt vielleicht über sein Elend nach, nicht? Außerdem hat er dauernd seinen Schwanz eingeklemmt. Drum ist der auch so kurz. Bitte. Wenn ein Hund sich nicht wohl fühlt, dann klemmt er den Schwanz ein. Und sowas hilft? Auch München. Was schließen Sie aus einer belegten Zunge? Er aß belegte Brüchen. Quatsch! Magenverstimmung. Guck mal. Ja, guck mal an. Was machen Sie? Nachsehen. Nachsehen. München. Komm nicht hinten. Machen Sie mal die Schnauze auf. Was mache ich? Ja. Beim Hund. Och, schön dumm. Nachher beißt der mich. Nein, nein. Der beißt doch nicht. Ein Tierarzt darf doch keine Angst haben. Vielleicht geben Sie den Kittel her. Ich werde Ihnen zeigen, wie ein Tierarzt vorgeht. Sie sind jetzt der Hundebesitzer. Ich bin der Tierarzt. So, dann werden Sie sehen, wie das gemacht wird. Der muss nämlich jeder Handgriff muss da sitzen. Ja, Moment mal. Jetzt muss ich mal fragen. Sie würden also so einem Hund so richtig in die Schnauze fassen. Machen Sie mal keine Sorgen, ja? Ja, nur Wettung. Ja, ein Tierarzt hat nämlich keine Angst. Dann kann ich ja jetzt kommen. Ja, warten Sie aber, bis ich Sie hereinrufe. Ich muss erst einen Kittel anziehen. Ich muss noch mal fragen, ein Tierarzt hat überhaupt keine Angst? Löchern Sie mich nicht dauernd. Sie werden es ja gleich erleben, wie ich das Tier richtig anpacke. Richtig anpacken Sie, Angsthase. Aber sich einen Hund kaufen, was? Das haben wir gerne. So, Moment, ich bin soweit. Es geht los. Achtung. Bitte der Nächste. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017